Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wo Enter? Tonight's Stakes will be 10.000 Dollars! Ja, wir reden können. Was ist Poker? Ist ne gute Frage was Poker ist, oder? Das Spiel heißt... Poker als Inventory oder sowas. Auf jeden Fall spielen hier ganz verschiedene Charaktere mit, die ich nicht kenne. Und der Heavy von Team Fortress 2, den wir ja sowieso immer spielen, Team Fortress 2. Und das tolle Spiel kostet bei Steam 5 Euro. Allerdings kann man hier auch Waffenpreis halten für Team Fortress 2. Das war der gute Marvin von uns. So nett. Und dachte sich... Ja, kaufen wir den Alex mal das Spiel. Und kaufen wir uns das mal auch. Schadet ja nicht. So, dann haben wir jetzt weiter das Spiel. Man kann es nicht zusammenspielen, sondern man spielt es halt immer einzeln. Und ich spiele es jetzt auch zum ersten Mal. Also, keine Ahnung ob das Spiel gut ist, wie es sein wird. Ich zeig euch schon mal die ersten Eindrücke. Ich zeig euch mal die ersten Eindrücke. In Poker, ein Spieler kreiert eine Hand auf fünf Karten. In Poker ist es für Geld, Geld und manchmal auch für Service. Nix. Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass die Spieler die Karten enthalten werden. Achso, ich weiß wie das geht. Ein Zeug und ein Neun ist so schmorsch. Also wenn ihr in Ordnung habt von den Charakteren. Also von den hier. Das ist der Heavy. Von den hier. Von den hier. Von den hier. Von den hier. Ich glaube nicht. Ah, ok. Ich werde fallen. Das ist Max. Das ist der Heavy. Das ist der Heavy. Ich werde spielen. Ok, und das ist... Teilchen? Ich werde auch mal schauen, Schäuble. Ok. Ja, das ist doch... Oh! Ich bin bett. Ich bin bett. Das ist doch... Ich bin bett. Ja, das ist doch... Dann bin ich auch raus. Ich bin bett. Ja, erhöhert mich. Ich bin in und bereit, um den Baby-Mann zu töten. Ich spiele. Ich schaue. Oh, ich habe Bärchen. Okay, ich check. Ich schaue. Ich schaue. Das muss doch nicht sein. Das Flop hat meine Pläne verurte, um dir Angst zu geben. Ich schaue das. Ich schaue das auch. Ja, ich habe Dremel. Ich bin gut. Äh, setzen wir mal... ... für 100. Ich schaue. Ja, ich bin Audi 5000. Komm, noch mal einen drauf. Nope. Ha, ha, da geht der raus. Der Spieler gewinnt die Hand. Ja, war die erste Runde. So, Heavy, find any rare drops lately? I do not understand. Ja. Ja. Ich hoffe, er redet. Ich hoffe, er redet. Ich hoffe, er redet. Ich schaue. Ich hoffe, er redet. Max hat ein Paar von 10. Der Spieler hat ein Paar von 10. Der Spieler hat ein Paar von 10. Ihr wisst, dass das Ziel dieses Spiel ist, die besten Karten zu haben? Der Spieler gewinnt die Hand. Diese Karten werden auch. Die Karten sind weich. Wie ein Blumen-Baby-Team. Das läuft ja richtig gut hier, würde ich sagen. Also, wie gesagt, das Spiel soll... Diese Karten sind weich. Wie ein Blumen-Baby-Team. Let's do this. Ha, ha, ha. Das Spiel soll echt lustig sein, und ich finde, das ist auch noch wichtig. Mit den vier Karten... Und diesen kleinen Zwischen-Trick... Maybe I won't check. Oh, ich mach das jetzt, und... Und einfach ganz normal, Poker-Texas-hold-e. Also von daher. Okay, I bet. Oh mein... Calling. I call. Ah, 200. Wie hier. Mit König an der Straße, würde ich sagen. Na. Wenn das mal keine Straße ist. Oh, hey. I check. Alles für die nicht Poker-B-B-B-Wissen sind... Fünf Karten einer Reihefolge. Zehn, Bube, Germe. Für dich Kass. Call him, raise him, tear his Kneecaps out! Not in that order! All in. Yeah, all in. Machen wir. Wow! I fold! I'm all in. Okay, okay, okay. Okay. Goddammit. The player has a straight pair. Tycho has two pair. The player wins the hand. For a shot. The player wins the hand. Washing straight. Max has been eliminated from play. Woo! Thank God, that's over! I've had to go to the bathroom for ages. Bye! Tycho has been eliminated from play. If anyone's got cab fare, that'd be much appreciated. Nice luck. I'm scared. So, Heavyman. They got those guys on the corner that sell bootleg DVDs off a blanket in your country? I like movies, yes. Yeah, like what? Fists of Knuckles? Beneath Fists of Knuckles? Fists of Knuckles babies? Classics! No. My favorite are the Dirty Dozen and the first 20 minutes of Rocky IV. Rocky? No. I'm a classiker, would I say. Check. I'm betting. How much? 1200. Call it! Fall! Call it! Fall! I'm inside your head! Hahaha. Yeah, on any of your head. Dude. We're going to a king or three, then we're all in. No. No. Looks like you're gonna have to fold! Let's choose the way. Strong Bad wins the hand. For me? Okay. Yeah, take your handle, sure. The blinds are now 200, 400. Okay. 6 and 10. That's effective. 789 on the street. Very good. These cards keep making me angry. Like spinning mini-gum of killing. Okay, okay. Cool. This is a harder decision in that time. Strong Sad and Homestar asked me for dessert. and I only had one laxative brownie left. I raised. Yeah, increase it. Yeah, the game is only on English. I would also like to have a German, but for that I would like to use the subtitles. Otherwise, I would also have to understand. I should be honest. But I hope you understand me a little bit. Oh, I already have a double. Yeah. 2,6. Let's do it. Let's do it. 1,5 on the table, but it's also checking. Free card! Free card? Ah, check. All right. Okay. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And I'm out. The player wins the hand. Oh, da hinten läuft der Faser rum. 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 Oh, da war die ganze Grafik wieder. Ich weiß nicht, ob ich die Grafik noch hochstellen kann. Ich bin gut. Alright, ich check. Hey, du kommst mal weiter nach vorne. Oh, da hinten läuft der Faser rum. Oh, da hinten läuft der Faser rum. Ich hab die Grafik weiter nach vorne. Ich hab die Grafik schon. Wie viel? 1,000, 1,200. Nein. Ich muss mal gucken, ich muss mal gucken. Oh, ich bin auch raus. The heavy wins the hand! Haha! You didn't have to just give me the money! He's on the head! Hahaha! I'm totally in this hand! Total, man! Total! I am going to play this one! Ah, I want to play it over here. With my W2s. Ah, 2x4. I suppose. Check! Ja, checken klingt ganz gut. You must have checked your coolness at the door! Huh? Huh? Maybe I won't check! Ohhhh... Check! Hahaha! Oh, I love the game now! I bet! 1,200! That is like... Pennies, man! Yeah, that's you! Who has the least, you know? I check this! Okay, with a bit of excitement, and I think I have something! Let's see them! I can't quit now! I can't quit now! I can't quit now! The player has a pair of twos! Yeah! Strong Bad has a pair of fours! Okay, Heavy! The Heavy has a pair of elves! The Heavy wins the hand! I will take this one too! It's okay! It's okay! It's okay! But, one, two! Then we'll take this one too! Let's go! I'm in! And ready to crush! Baby man! I'll check! Ah! There was another guy! I can see him! The Tycho! Tycho! I can't even speak the word! Why do you keep calling me Tiny Heavy? Tiny Heavy? No. You are Heavy. Tiny. No? You are Red Team. You have killing gloves of boxing. You earned these for being Great Killer. You should try out for Red Team. I guess I could join your team of ruthless killers and lame hat-wearers and watch you get grenaded by eight-year-olds. I will play the role of Team Mother and Lord High Ragamuffin. You take many bullets before dying, I think. I like the heroically tragic direction of my character. The Heavy wins the hand. Winning, winning, winning is almost as fun as killing. Oh, I'll race. Oh, sitz nochmal. In. In. I just wanted to increase that you're going to increase. You don't need to do that. A king! Even two! Where are you? We raise. How do you do? 1,400. You would fight me? It is not advisable. I'm calling. I'm calling. I am not betting. But I do not quit. Let's set another 500. Yeah, sure. Yeah, I don't know. I am out. Yeah, now he's going out! That's a big one. I am not cheating. Now, he's going to be in a game. No, no, no. He needs to go. The game is to go. No. And, no. Yes, there is a game. The game is to go. Oh no, no, no. The game is to go. der blinds an alt 300 600 38.000 zu 12.000 hey wie das machen wir jetzt sagst du okay konzentration 4 und 10 I am going to play this one. Oh, playen wir mal, ne. Oh, ein Sehnerbärchen. Oh, das läuft aber. Tausend mal, sagst du? I call this baby bed. Jawohl. Das baby bed. Noch mal tausend, sagst du? No. Oh, okay. The player wins the hand. I win. Ah, jetzt guckt er den nach, ob das Niederspiel angeht, oder? Das ist ja, wo man machen kann. Achtung. These are check. So, komm, schau, noch was Schönes dazu? Nee, das ist nichts Schönes. Was machst du? Komm, check mal eine Runde, bitte. Okay, ein Check. Voll. Voll. Ich hab auch nichts. Boah, ich hab immer noch nichts. I am dead. 4. Ja, okay. Komm. Check. Mhm, checken wir mal. Das ist eh die höhere Karte als ich. Ja, jetzt sieht's. The heavy has a pair of fours. The player has a king high. The heavy wins the hand. Ja, ich hab immer nochesang. Hm. Ah, ich hab immer nochesang. Der kacke. Check, check, check. On my sandwich. Cha, cha, cha. Ja. Ja, genau sieht's aus. Ja! Sicher. Jetzt haben wir wirklich was hier. Full House. Ja, kauf denn noch Sandwiches. Ist okay. Jetzt haben wir einen Full House, sagst du? Das ist nicht viel. Das können wir vielleicht noch ein bisschen mehr setzen, ne? Sagst du, 2000. Ja, kauf denn noch ein Sandwich. Ja, kauf denn noch ein Sandwich. The player has... ...a Full House. The Helly has two pair. The player wins the hand. Yeah. This is why I settle argument with guns. Not lucky cards. Full House and three wise men, glaube ich. Also drei Könige. Noch 7000 hast du, sagst du. Okay, I check. So, 10 und 5, was kriegen wir dazu? Nix. I am not betting. But I do not quit. Also checken. Oh, 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 oh. I check. Oh, 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 oh. Vielleicht geht er raus. I call this baby bet. What? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. What the hell was? I will not let you get away without showing big man cards. Okay. The heavy has a pair of sixies. Der Spieler hat ein Paar von Sechsen. Wir sind beide Mörder. Ich werde spielen. Hallo Hase. So, was schön ist du? Zehn und Dame bitte? Eine Dame. Und Uwe. Könnte nur eine Straße werden, aber schon mal eine Dame. Ja, okay. Geh ich mit. Die Erde bringt uns gar nicht weiter. Ja. Ja, jetzt gehst du raus. Der Spieler gewinnt die Hand. Die Blinden sind jetzt 400, 800. Oh, jetzt wird es langer Ringen für dich. Nein, danke. Er tut mir leid dir. Ich bin gerade bei SZB Online gegangen. Ich habe gerade nicht viele Leute da spielen. Ich bin gerade bei SZB Online gegangen. Hm. Ich bete alles. Oh. Okay. Komm mal. Okay. 9 und 5. Komm schon. 4 und 10. Okay, schon mal nichts. 3 auch nichts. Wer hat die eure Karte? Ich brauche ne 9 und dann ne 5. Komm schon. Nein. Der Heavie hat zwei Paar. Der Spieler hat zwei Paar. Der Heavie gewinnt die Hand. Ich werde nie mein Schiff getötet werden. Oh, wie knapp das war. Hätte ich einen Buben gehabt hätte ich gewonnen. Schade. Ich bin in. Und bin bereit für den Baby-Mann. Ich werde mich schmacken. 7 und 8. 6 und 8. 6 und 8. 9 und 5 und dann auf der Straße. Ja, dann sitzen wir. Ja. Ich werde fallen. Ich werde fallen. Ich werde fallen. Der Spieler gewinnt die Hand. Na gut. Wenn du die Schiff loswerden willst, dann gib sie mir. So. 5 und König. Komm schon mal. Alright. Ich check. König. 3 und 5. Ehhh. Die sind check. Ja, okay. Das ist okay. Ist okay. Da ist ein König. Ich check das. Ja, weniger kann ich mich setzen. Ich muss sagen. Das ist nicht viel. Wenn es nicht viel ist, dann... Da. Check. Äh, nein, wir setzen noch mal was. So 2.000 sagst du? Ja, wir haben mal 1.5. Das ist nicht so viel. Ja, du kannst schreien wie ein Baby. Ja, du kannst schreien wie ein Baby. Der Heavie hat... ...Ace High. Der Spieler hat... ...A Paar of Kings. Der Spieler gewinnt die Hand. Ich verliere? Ich verstehe nicht. Das... ...Burning, das ich fühle. Ja. Ich kann mir schon ein bisschen leiden. Aber ich möchte schon auch gewinnen, ja. In. Also, normalerweise ist die Folge jetzt schon ein bisschen lang. Aber ich möchte auch gerne noch das Ende zeigen. Deshalb mache ich das mal in dieser Folge. Ich hoffe, die dauert nicht mal allzu lange. Hm. All in. All in? Okay, machen wir. Ich habe ja auch einen Boom, Herrchen. Ich weiß ja nicht, was du hast. 5 und 9. Nein. Also gerade gar nichts. Ich habe gewonnen. Oder? Nein. Der Spieler hat... ...A Paar of Jacks. Der Heavie hat... ...A Streit. Der Heavie gewinnt die Hand. Was für Glück der einfach hat, ne? Oh, Mann. Das war gerade schon ein bisschen ärgerlich. Zweier Pärchen. Hm. I go all in. Schon wieder, ja. Na komm. Interessant. Was hast du? Ja, du hast einen Ars-Nosich, ja. Okay. Ich brauche eine 10 oder noch eine 2. 10 oder noch eine 2. Komm schon. 10 oder noch eine 2. Ja. Okay. Der Heavie hat... ...A Paar of Aces. Der Spieler hat... ...A Paar of 2. Der Heavie gewinnt die Hand. Ich bin immer gewinner. Die Blinden sind jetzt 500... ...1000. Gut, dann würde ich sagen, dann wählen wir doch erstmal die Folge. Und das Ende. Ich hoffe baldiges Ende. Seht ihr in der nächsten Folge. Ich glaube, ich freue mich, wenn ihr auch wieder dabei seid. Schonmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und haut rein. Tschau.